Niemals! Das letzte Mal müssen wir Handynummer auf Instagram veröffentlichen für drei Minuten. Junge, jetzt muss ich meine Handynummer auch noch leaken. Oh mein Gott. Zufälligen Proletters Account löschen. Oh mein Gott. Hiermit werden alle Informationen gelöscht. Wir können den Account nicht wiederkriegen. Drei, zwei, eins. Aufgepasst! Der Boxer-Drink und der Boxer-Schoko-Riegel. Erhältlich ab dem 30.09. auf www.scheißboxer.schau Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist hier meine Folge Proletters. Was geht ab, meine Freunde? Leute, heute wird es richtig krass, denn heute entscheidet das Glücksrad bestimmte Sachen, Leute. Wir haben einige Sachen auf dem Glücksrad stehen und das werden wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen, Leute. Es wird geistkrankt. Lasst die Pferden doch noch oben da. Kostlos Abo. Ich würde sagen, let's go. So, Leute, und da sind wir auch am Start und ich würde sagen, hier ist das Glücksrad. Wir haben einige Sachen drauf stehen. Wir lesen mal zusammen. Wir fangen an. Wie gesagt, es sind krasse Sachen drauf, aber auch nicht so krasse. Zum Beispiel, Legenden-Brawler-Ziel ist unfassbar krank, wenn wir das machen müssen. Feierabend. Dein Namen ändern ist, ja, kann man machen. Club gründen ist auch easy. Zufälligen Brawls, das Account löschen hat es richtig in sich. Oh mein Gott. Dann 5 Megaboxen öffnen. Dann Solo-Runde gewinnen geht auch noch. Brawler auf 1K pushen. Oh mein Gott, Leute. Und das ist so krass. Ihr seht gerade. Handy-Nummer auf Instagram veröffentlichen für 3 Minuten. Junge, das ist richtig übel. Skin kaufen geht auch noch. Ja, alle Star-Punkte ausgeben. No way. Das tut weh. Alle Münzen ausgeben. Das ist auch übel. Alle Freunde löschen. Oh mein Gott, Leute. 5 Bigboxen öffnen. Geht noch. 2000 Gems aufladen. Wäre übel. Das sind 100 Euro. Und wir gehen runter. Leute, Shop-Angebot kaufen. Okay, mit Fan-Runde gewinnen. Und jetzt Megaboxen in Paris öffnen. Ist, glaube ich, das Schlimmste, was so passieren kann. Oh mein Gott, das wäre so übel. Dann müssen wir da extra hinfahren aus Köln. Das wäre richtig krass. So, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Spin. Let's go. Der erste Spin. In 3, 2, 1. Gött. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was müssen wir machen? Und. Nein. Alle Münzen ausgeben. Oh mein Gott. Ich hoffe, das können wir überhaupt. Let's go, Leute. Wir gehen auf den Haupt-Account. Und wir sehen uns am Spiel. So, da sind wir auf den Haupt-Account, Leute. Let's go. Alle Münzen ausgeben. Ähm. Für was können wir die denn ausgeben? Ich glaube, wir können sie gar nicht wirklich ausgehen. Oder? Wir können ja keine Skins dafür kaufen. Lol. Da haben wir, glaube ich, Glück gehabt, muss ich sagen. Ach so. Ja, gut. Wir könnten die türliche Münzen hier für Powerpunkte ausgeben. Das können wir natürlich machen. Ja, aber sonst können wir die, glaube ich, gar nicht anderweitig ausgeben. Ne. Sonst funktioniert das nicht. Aber. Oh mein Gott. Ich muss echt ganz dringend wieder streamen. Hier sind einige Sachen, die mir noch lecker schmeckig sind. So. Da haben wir, glaube ich, alle Münzen ausgegeben. Mehr können wir, glaube ich, gar nicht machen. Haben wir noch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, jetzt Shutdown ist richtig, Leute. Let's go. Es geht weiter. So. Wir sind wieder da, Leute. Seid bereit. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Habe ich jetzt Lucky, ja oder nein. 3, 2, 1. Spin Nummer 2. Irgendwann wissen wir was? Müssen wir machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist es? Nein. Alle Freunde löschen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe viele. Und zwar sehr, sehr enge. So, meine Freunde. Jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn unser Boxer Bundle Halloween ist verfügbar. Meine Freunde. Geisteskrank. Leute, lasst einen fetten Daumen oben da. Checkt es unbedingt ab, Leute. Denn wir haben einen Geisteskrankes Bundle. Ihr seht es gerade hier nochmal eingeblendet. Leute, holt euch den Budi mit Kabuze oder ohne, Leute. Und ihr kriegt einfach das süßes oder faust Halloween Boxer T-Shirt geschenkt dazu, Leute. Das ist richtig nice, Leute. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Holt euch das T-Shirt, ja oder nein. Ich würde sagen, es ist geisteskrank geworden. Und ja, Leute. Ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit dem Video. Freunde, Leute. Oh mein Gott. An alle, die aus dem Zoom gespendet haben. Es tut mir unfassbar leid. Ich kann nichts dafür. Das Glücksrad hat entschieden, Leute. Oh nein. So, Leute. Wir sind auch wieder auf dem Hauptaccount. Und ich würde sagen, was haben wir hier oben eigentlich? Oh, wir können was einfordern, ja? Shop ist nichts. Aber jetzt let's go, Leute. Wir müssen die Freude löschen. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Den nehme ich mal an, denn ich muss... Oh, Junge. Alle löschen. An alle, die jetzt gerade gelöscht werden. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wirklich. Ich kann nichts dafür. Ich muss es machen. Das ist das Glücksrad hat entschieden. Es tut mir wirklich leid. Ich bin jetzt ehrlich. Also, es macht mich traurig. Schönen Grüße an Echtzo. Ciao. Leute. Es werden alle gelöscht. Let's go. Auch der Letzte. Oh, ich hasse dieses Glücksrad. Ich hasse es. So, Leute. Der nächste Spin ist am Start, würde ich mal sagen. Sollen wir spinnen jetzt hier mal? Ja. Ich habe hier gerade schon drauf gedrückt, aber vergessen aufzunehmen, weil es war der Speicher voll. Deswegen spinnen wir jetzt nochmal. Let's go, Leute. Ihr habt es gerade gesehen. Wir mussten gerade alle Freunde löschen. Geisteskrank. Ich wollte sagen, let's go. Wir spinnen. Und was müssen wir machen? Oh mein Gott. Hoffentlich wird es nicht zu schlimm. Zufälligen Brawl Stars Account löschen. Oh mein Gott. Oh, Junge. Okay, Leute. Wir ziehen durch. So, Leute. Ihr seht das jetzt ab. Alles zensiert. Wir werden gleich auf Anmelden gehen und wischen hier von links nach rechts. Leute, das sind alles 10 Minuten E-Mail-Adressen. Ja, das ist richtig übel. Das heißt, ich kriege die nicht wieder, Leute. Wir wischen einmal mal. Wie gesagt, ich gucke jetzt oben. Und ich würde sagen, ich wische jetzt einmal. Und wo ganz oben stehen bleibt, das werden wir jetzt machen. Und wo bleibt oben stehen? Ihr seht, Marfen Vlog 3. Wir gehen mal kurz auf den Account drauf und gucken uns den an, den wir jetzt für immer löschen müssen. Junge, ist das schlimm. Okay. Oh mein Gott, Digga. Wie viel Münzen wir haben? Oh, wie viel Boilag? Junge, 21 Boilag. Oh, gebt euch das mal. Zwei legendäre. Junge, das ist richtig bitter. Oh mein Gott, Digga. Den müssen wir jetzt einfach löschen. Junge. Wisst ihr was? Ich mache hier einen Club auf. Okay, kann ich gar nicht. Das hätte ich euch gezeigt. Ich sehe den Account nie wieder. Leute, wir gehen kurz auf. Wir gehen auf Abmelden. Und ihr seht, es ist, warte, kann man das sehen? Da, es ist eine, ich kann das nicht zeigen. Leute, aber es ist eine 10 Minuten E-Mail-Adresse. Ich kann das jetzt leider nicht zeigen. Sonst kriege ich hier wieder Probleme zu Parcell. Und wir löschen den Account jetzt raus, wie gesagt. So, wir gehen auf Abmelden. Und dann werden wir ihn jetzt rauslöschen. So, Marfen Vlog 3 hieß der. So, Leute, ihr seht es gerade, Marfen Vlog 3. Bestätigen. Leute, hiermit werden alle Informationen gelöscht. Wir können den Account nicht wiederkriegen. 3, 2, 1. Oh mein Gott, Digga. Wo ist das Account gelöscht? Ist das wie viel? Der war so teuer. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich würde sagen, Leute, wir spinnen weiter. Let's go, Leute, wir spinnen. Und was müssen wir machen? 5 Big Boxen öffnen. So, Leute, erste Big Box. Und 3. Warte, ich glaube, der Account ist Müll. Abfahrt, Leute. Jetzt kommt der Weltrekord-Account. Jetzt geht es rund. Okay, Gems haben wir auch noch. Great-A-Good-Pookies drin. 4 Big Boxen noch. Und 2. Die 2 blinkt. Let's go. Oh, immer die 1 blinkt. Leute, schreibt mir auch in den Kommentaren, was meint ihr, was wir jetzt ziehen. 3, 2, 1 zu beziehen. Gadget für Shelly. Oh, Junge. So, come on. Und jetzt noch 2. Ne, noch 3. Jetzt noch 2. 2 Big Boxen. Oh mein Gott, 3-Fall-Gleibende. Okay, das ist jetzt auch nicht so krass. Let's go. Und let's the Big Box. Schade. Okay, komm, eine machen wir noch. Komm und gönn. Da war nichts drin. Schade. Ohne viel reden. Und gönn. Was müssen wir jetzt hier? Zufalls-Account löschen haben wir gerade schon gemacht. Wir spinnen nochmal. Komm mal, Leute. Und was müssen wir? Wir spinnen. Und? Shop-Angebot kaufen. Okay, machen wir das mal. So, Leute. Ganz schnell. Angebot kaufen. Ist jetzt auch nicht so krass hier. Marken-Fall-Tabler haben wir gekauft. Shop-Angebot ist am Start. So, Leute. Wir gehen wieder rein. Mit Fan-Runde spielen. Okay, machen wir das kurz. So, Leute. Wir sind drin. Ist jemand online? Nein. Okay. Wir können nicht eine Runde gewinnen mit Freunden, weil wir kein Online haben. Deswegen fällt das flach. Ja. Müssen wir noch weitermachen. Sorry, Leute. Let's go. Wir spinnen. Und? Namen ändern. Okay, Leute. Dann machen wir das mal. Boxer-Drink ist Geschichte. Neuer Name. Ma-Win-Vlogged. Warum ist der Name verboten? Ich verstehe das nicht. Das macht gar keinen Sinn. Was hat Supercell-Gaming? Dann nennen wir uns Scheiß-Boxer. Das ist erlaubt. Macht auch überhaupt keinen Sinn. So, Leute. Name ist geändert. Scheiß-Boxer heißen wir jetzt. Let's go, Leute. Kauft Merch. Let's go, Leute. Wir spinnen. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Wir spinnen. Bitte nicht, bitte nicht. Come on. Fünf Big-Boxen öffnen haben wir gerade schon gemacht. Ich würde sagen, wir machen nochmal. Wir müssen also spinnen. Let's go. Come on. Bitte jetzt nichts Schlimmes. Come on. Und wir müssen das bisschen machen. Oh, Skin kaufen. Das war ganz knapp an der Handynummer liegen. Ganz knapp, Leute. Let's go. Haben wir überhaupt einen? Es fehlen zwei Gems. Haben wir vielleicht eine Box oder so? Wo wir Gems kriegen? Ah, es sieht ganz schlecht aus. Ganz schlecht. Okay, Leute. Dann müssen wir jetzt kurz Gems aufladen. Mit CC Pookie natürlich, Leute. So, Crater-Cote ist drin. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt den Bohrmeisterin-Skin. Let's go. Da ist er. Oh mein Gott, Leute. Jetzt können wir zum allerletzten Mal spinnen, meine Freunde. Skin kaufen haben wir gerade auch schon. Wir machen nochmal. Alle Star-Punkte ausgeben, Leute. Hatten wir schon. Ich würde sagen, jetzt der letzte Spin. Star-Punkte ausgeben, hatten wir schon. Wir rollen oder drehen. Let's go. Oh mein Gott. Niemals. Niemals. Das letzte Mal müssen wir Handynummer auf Instagram veröffentlichen für drei Minuten. Junge, jetzt muss ich meine Handynummer auch noch liegen. Oh mein Gott. Müssen wir jetzt durch, Leute. Ihr seht, es ist jetzt gerade zensiert, aber sie war drinnen. So, Leute. Ich schreibe nochmal zu. Wer will jetzt telefonieren? Story wird gepostet. Oh mein Gott, Leute. Es ist drinnen. So, jetzt drei Minuten muss diese Story jetzt drinnen bleiben. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, Leute. Warten wir jetzt drei Minuten ab. Hoffentlich ruft mich keiner an in den nächsten drei Minuten. Leute, der erste ruft schon an. Oh mein Gott. Ich gehe mal ran. Hallo? Hallo Marvel? Ja. Als fit? Ja, und bei dir? Korrekt. Du, ich habe gerade keine Zeit. Es ist okay, wenn du vielleicht später anrufst, oder? Achso. Ja, war ich mir gerade im Video. So, schnallst du gerade? Ja, ja. Ne, ich nehme eins auf. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße mich selber. Okay. Schöne Grüße an dich. Ciao, ne? Ciao. Ich wünsche dir was, ne? Danke. Oh mein Gott, Leute. Drei Minuten sind rum. Ich muss diese Story jetzt ganz schnell löschen. Junge, da rufen schon direkt die Kinder an, ey. Das gibt es doch gar nicht. So, Story ist gelöscht. Das war ja was. So, Leute. Ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den fetten Daumen nach oben da. Jetzt gehe ich mal hier auf. Dings mal auf. Mit Vibrationen aus. Man ruft schnell den nächsten an, Leute. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was wir als nächstes machen. Danke schön. Ciao. Und bis dann. Ciao. Und tschö. Tschö. Tschö.